Ich war auf dem Heroes Festival in Kassel mit SSIO, Cool Savasch und KIZ und es hat sich angefühlt wie... Aber zuerst mussten wir unser Zelt aufbauen und wir sind richtige Profis. Die meiste Zeit läuft das ja so ab, dass nur Leute daneben stehen und sagen, wie man es machen soll oder halt überhaupt nichts machen. Ich habe dann natürlich noch meine ganzen Skills ausgepackt, Handwerkermodus wurde aktiviert. Ganz ehrlich, so kann man auch da drin schlafen, Digga. Nachdem das Zelt fertig war, sind wir sofort aufs Festival, durften nochmal hinter die Bühne bei CEO. Aber aus der Menge hat es deutlich mehr Spaß gemacht und das Bühnenbild war einfach killer. Theo Dima, wer ist der Lieblingsrapper? Haftbefehl, ganz klar. Auf KIZ habe ich mich auch übel gefreut, weil ich die schon ewig höre. Es war komplett Abriss und das Festival war sehr geil.